Herzlich willkommen auch in dieser Woche zu den Nachrichten hier auf SHK-TV. Diesmal berichten wir über folgende Themen. SHK-Handwerker bei Autofahrten im Winter aufgepasst, neuer Vertriebsleiter Heiztechnik bei Mitsubishi Electric, Auszeichnung für Weiland Nachhaltigkeitsstrategie und Vilo Geniacs App ermöglicht Heizungssteuerung via Smartphone. Der Winter rückt immer näher. Deshalb gleich zu Beginn unserer Nachrichtensendung zwei Rechtsurteile, die für SHK-Handwerker auf dem Weg zum Kunden mit dem Auto wichtig sind. Vorsicht bei Eiszapfen. Bei der Suche nach einem Parkplatz sollte man vorsorglich auch den Blick nach oben richten. Dachlawinen und spitze Eiszapfen können sich nämlich jederzeit selbstständig machen und das geparkte Fahrzeug beschädigen. Der ADAC weist darauf hin, dass der Hauseigentümer für die Verkehrssicherheit Sorge tragen muss. Gefahrenbereiche sollten deshalb mindestens mit Warnschildern und Absperrband gekennzeichnet sein. Sollte es dennoch zu einem Fahrzeugschaden kommen, sollten Fotos gemacht und Zeugen benannt werden. Auch bei einem auf Glatteis geparkten Auto ist Vorsicht geboten. Rutscht ein ordnungsgemäß geparktes Auto bei Glatteis auf ein weiteres Fahrzeug, dann haftet der Halter nicht für die Schäden. Laut eines Urteils des Landgerichts Detmold handelt sich bei einem solchen Fall um ein außergewöhnliches Ereignis, für das niemand hafte. Gerd Hofer ist neuer Vertriebsleiter Heiztechnik bei Mitsubishi Elektrik. Der 47-jährige, staatlich geprüfte Heizungs- und Lüftungstechniker und Betriebswirt kommt von einem namhaften Heiztechnikunternehmen der Branche. Seine neue Aufgabe ist die weitere Etablierung der Ecodan-Wärmepumpensysteme im Heizungsmarkt. Der Ratinger Hersteller hat in der Vergangenheit seine Wärmepumpen hauptsächlich über den Kälte-Klimaanlagenbauer vertrieben. Jetzt soll der Fokus verstärkt auf den Heizungsmarkt gerichtet und die Vertriebsaktivität in der SHK-Branche dazu weiter ausgebaut werden. Weiland gehört zu den Gewinnern des Deutschen Nachhaltigkeitspreises 2013. Eine Fachjury wählte das strategische Nachhaltigkeitsprogramm SEEDS unter die Top 3 in der Kategorie Deutschlands nachhaltigste Zukunftsstrategien. Weiland verfolge eine beispielhaft konsequente Nachhaltigkeitsstrategie, heißt es in der Begründung des Expertengremiums, die verbindliche Ziele und konkrete Maßnahmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette formuliere. Erster Sieger wurde der Energieversorger HSE. Den zweiten Platz teilt sich die Weiland Group mit der SAP AG. Für die europaweite Auszeichnung hatten sich rund 600 Unternehmen beworben. Mit Apps machen die Hersteller die Heizungssteuerung für Endverbraucher immer komfortabler. Ab sofort kann jetzt auch das innovative Heizsystem Vilo Geniax von unterwegs mithilfe der App Geniax Mobil bedient werden. Selbst wenn Urlauber früher zurückkehren, ist das Haus bereits angenehm vorgewärmt. Die Menüführung und der kennwortgeschützte Zugriff sorgen zudem für eine komfortable und sichere Fernsteuerung. So können sich Benutzer auch einen Überblick über die Temperatur innerhalb einzelner Räume verschaffen und diese individuell auf ihre Bedürfnisse anpassen. Das war unsere Nachrichtensendung für heute. Schauen Sie schon am Dienstag zum SHK TV Magazin wieder rein. Bis dahin, alles Gute!